Also die Polizei ist hier ohne euch nicht gut drauf. Das kann uns egal sein. Für alle, die jetzt gerade erst gekommen sind, wir demonstrieren gegen rechts, wir demonstrieren gegen rechtsextreme Polizisten und die gibt es in Münster leider und die sind seit ein paar Tagen wieder im Dienst. Kurzer Einwurf zum Redebeitrag gerade. Auch wenn der Themenschwerpunkt heute die Fälle bei der Polizei sind, so kann es keine Demo gegen rechts geben, ohne die aktuell größte Gefahr des Faschismus im Land zu benennen. Die AfD, von dem war ja auch gerade ein Vertreter hier. Die AfD, sie gewinnt gerade Wahlen. In Sonneberg hat nach dem Wahlsieg in Thüringen einen Mann mit Wehrmacht-Shirt und Reichsbürgerhose die vom AfD-Wahlkampf übrig gebliebenen Luftballons an Kinder in eine Kindertagesstätte verteilt. Auch hier in Münster durfte ich schon miterleben, wie er einen offenen Neonazi-Wahlkampf am Stand der AfD gemacht hat. Deswegen bleibt es wichtig, und das gilt für jede Stadt, für jeden Familientisch oder von mir aus auch Stammtisch und für jedes Parlament, deutlich Kante zu zeigen und denen kein Meter zu überlassen. Ganz Münster, hast die AfD! 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 Der nächste Redebeitrag ist von Gebhard Hoffner für die VVN-BDA. Liebe antifaschistische Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Gebhard Hoffner. Ich spreche heute für die VVN-BDA Münster. Das ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Unser Vorsitzender wird es heute verhindert, weil er Schicht arbeitet. Deswegen darf ich hier sprechen. Ich will zuvor noch kurz mich bei der IG Metall bedanken, meiner Gewerkschaft, die hat diese demokratische Aktion unterstützt und stellt uns ihre Technik zur Verfügung. Wir protestieren hier und heute dagegen, dass Polizeibeamte eines Münsterschen SEK nach einem Jahr Suspendierung wieder im aktiven Dienst sind. Sie waren im Juli 2022 vom Dienst suspendiert worden, weil sie über mehrere Jahre, nachweislich seit 2017, an rechtsextremen Chats beteiligt waren. In der Münsterschen Presse war damals zu lesen, Zitat, nicht meiner Meinung, sondern Zitat, in Chats der Dreiergruppe, offenbar benannt nach dem dritten SEK des Polizeipräsidiums Münster, wurden Muslime generell als Terroristen dargestellt, Flüchtlinge als Sexualstraftäter und Sodomisten. Es gab frauenverachtende Chats und solche, die Bezug auf das dritte Reich nahmen. Etwa ein historisches Foto Adolf Hitlers mit Offizieren an einem Kartentisch und dem Text »Keine Sorge, Jungs, Frankreich ist machtbar«, gepostet am 6. Juli 2016, einen Tag vor dem Halbpilane der Fußball-EM, das Deutschland 0 zu 2 gegen Frankreich verlor. Zitat Ende aus der Presse. Der Fall hatte bundesweit Wellen geschlagen und auch im NRW-Landtag zu Debatten geführt. Münster-Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf zeigte sich erschüttert und auch wütend. Und Innenminister Reul ließ vollmundig verlautbaren, null Toleranz gilt hier für mich ausdrücklich auch nach innen. Zitat Ende von Herrn Reul. Die VVN und nicht nur sie hatte bereits damals die sofortige Entlassung der betroffenen rechtsextremistischen Polizeikräfte gefordert. In unserer Erklärung vom Juli 2022 formulierten wir, die Beamten haben ein Eid auf die Verfassung abgelegt und sind verpflichtet, sich durch ihr gesamtes Verhalten, das heißt inner- und auserdienstlich, zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen und für deren Erhalt einzutreten. So in § 60 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes nachzulehnen. Aus Sicht der VVN-BDA reicht ein Disziplinarverfahren in keinster Weise aus. Die sofortige Entlassung wäre auch mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gedenkt. Aus Zitat aus der Erklärung. Die Münsteraner Chatgruppe war nicht die einzige rechtsextreme, fremden- und feindliche Parolen, Hitlerbilder sowie Kinder- und Jugendpornografie austauschte. Bereits 2021 war gegen einen Polizeiamten aus Münster wegen des Verdachts rechtsextremistischer und Gewaltverherrlichen der Äußerung in einem privaten Chat ermittelt worden. Der damalige Polizeipräsident Schnabel sprach in diesem Zusammenhang von einem, Zitat, Verstoß gegen die außerdienstlichen Wohlverhaltenpflichten, Zitat Ende eines Beamten. Weiter Zitat, selbst wenn ich solche Nachrichten geschickt bekomme, darf ich sie nicht positiv kommentieren, sondern muss ihnen entgegentreten, Zitat Ende von dem damaligen Polizeipräsidenten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelte 2022 gegen mehr als 50 Beschuldigte, darunter Polizeibeamte, verschiedene Einheiten. In den Chats seien Bilder mit Hakenkreuz-Symbolen, antisemitische, rassistische und behindertenfeindliche Mitteilungen verschickt worden. Das sind keine Einzelfälle mehr, möchte ich nochmal in Erinnerung bringen. Jetzt lesen wir in der Lokalpresse über die Rückkehr der suspendierten Polizisten in den aktiven Dienst, Zitat aus der Presse, Oberstaatsanwalt Otzenhardt, die meisten Verfahren sind eingestellt worden, weil Straftatbestände wie Volksverhetzung, Gewaltdarstellung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen das Merkmal der Öffentlichkeit voraussetzten. Hier handelte es sich aber um eine geschlossene Chatgruppe mit einer überschaubaren Zahl von Teilnehmern, die ausschließlich Polizisten waren und eine Verbindung zu dem konkreten SEK hatten. So bezeichnen die Inhalte nicht öffentlich gemacht worden und hätten auch nicht den öffentlichen Frieden stören können. Zitat Ende aus der Lokalpresse. Das Bundesverwaltungsgericht sah das schon 2017 anders. Die Öffentlichkeit einer verfassungsfeindlichen Betätigung ist damit nicht Voraussetzung für einen Verstoß gegen die Treuepflichten des Beamten. Es gehört zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne von Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz, dass sich der Beamte zu der Verfassungsordnung, auf die er vereidigt ist, bekennt und für sie eintritt. Zitat aus einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes. Die Strafbarkeit solcher Chats ist möglicherweise nicht gegeben, wenn die Chats nicht öffentlich sind. Die Entlassung aus dem Polizeidienst setzt jedoch keine strafbaren Handlungen voraus. Das Münsterische Bündnis Keinen Meter den Nazis hat gestern in einer Mitteilung gegen die Rückkehr der Beamten in den Polizeidienst protestiert. Die ist gestern an die Brette rausgegangen. Ich zitiere, es ist unverständlich, warum die Polizei diese Möglichkeit nicht ausschöpft und sich alleinig auf eine strafrechtliche Bewertung der Chats zurückzieht. Über die Frage nach der Verfassungstreue von Menschen, die Hitlerbilder, Rassismus, Misogynie und die sexualisierte Darstellung Jugendlicher ansprechen oder gar lustig finden, müssen und werden wir nicht diskutieren. Man kann solche Leute nicht zurück in den Polizeidienst holen und gleichzeitig Landauf, Landab propagieren. Man würde es mit dem Kampf gegen Rechts in den eigenen Reihen ernst meinen. Das ist ein schlechter Witz. Das Bündnis verweist auf das Beispiel der Polizei Dortmund, wo der Polizeipräsident sich jüngst noch damit profilierte, Beamte mit extremen rechter Einstellungen in den letzten Jahren erfolgreich aus dem Dienst entlassen zu haben. Wir bleiben deshalb bei der Forderung nach Entlassung der Polizeibeamten, die an diesen Chats beteiligt waren. Das würde auch der pauschalen Verdächtigung von demokratisch denkenden Polizisten und Polizisten als Nazis oder rechtsextrem entgegen wirken. Für uns bleibt klar, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Das heißt für uns null Toleranz. Danke. Vielen Dank, Geppert. Übrigens heute, Geppert hat ja für die VVM BDA gesprochen, ein sehr guter Tag heute in die VVM BDA einzutreten. Gestern wurde bekannt, dass die Polizei Hamburg gut zuhört. Dass die Polizei Hamburg gegen den Vorsitzenden der VVM BDA ermittelt, weil er einen Banner mit der Aufschrift, Zitat, Zitat, Höcke ist ein Nazi-Trug. Ermittelt wird wegen gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigungen. Unsere verstorbene Ehrenvorsitzende Esther Bejarano hat einmal gesagt, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen. Volle Solidarität mit unserem Vorsitzenden noch einmal zum Mitschreiben. Höcke ist ein Nazi. Be数 complack gross Bis zum nächsten Mal ich im l im im Untertitelung des ZDF, 2020